Nach dem Erdbeben in Nepal stehen die Helfer weiter unter Druck. Bald beginnt der Monsun, der Regen könnte die Straßen mit Schlamm überfluten. Die Johanniter Unfallhilfe hat Hilfsgüter wie Zelte nach Nepal gebracht und sich mit Ärzten um Verletzte gekümmert. Pfarrer Andreas Mann aus Wiesbaden war eine Woche lang als Notfallseelsorger vor Ort. Die geografischen Besonderheiten Nepals sind halt schon so, dass es nicht möglich ist, man baut irgendwo einen Versorgungsschwerpunkt auf und die Leute kommen alle dahin. Man kann nur hoffen und wünschen, dass Nepal nicht so schnell aus dem Bewusstsein der Weltbevölkerung wieder verschwindet, weil die nächste Katastrophe woanders stattfindet, sondern dass da vielleicht doch ein bisschen länger am Ball geblieben wird. Die Johanniter und andere Hilfsorganisationen sammeln weiterhin Spenden für die Erdbebenopfer. Die Armut in Deutschland wächst. Das will ein Projekt der EKHN und der Diakonie Hessen ändern. Das Ziel des Projekts drin, Menschen sollen lernen, sich selbst zu helfen, um besser am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Zum Beispiel durch gute Ernährung, Nachbarschaftshilfe oder Deutschkurse für Migranten. Das Projekt wurde diese Woche vorgestellt. Drei Millionen Euro hat die Synode der EKHN dafür bereitgestellt. Das Geld wird größtenteils in Personal investiert, zum Beispiel bei diesem Projekt. Also wir entwickeln ein Schulfrühstück für Kinder in einem Bereich, wo wir wissen, das sind Kinder, die kommen oft hungrig zur Schule. Und wir organisieren zwischen Kirchengemeinde und Schule eine Frühstücksverköstigung. Das braucht jemanden, der die das dann vorbereitet und begleitet. Dafür wäre zum Beispiel dann eine Küchenkraft und eine pädagogische Kraft anzustellen. Gemeinden und Initiativen können sich bei drin mit ihren eigenen Projektideen bewerben. Die Antragsphase geht bis zum 6. November. Es ist das sportliche Highlight auf dem Kirchentag, die Popen Open, ein Fußballturnier für Pfarrer und Kirchenmitarbeiter. Auch dieses Jahr auf dem Kirchentag in Stuttgart ist die EKHN mit einem Team dabei. Die Kirchenkicker aus Hessen und Nassau suchen noch Neuzugänge. Mitmachen können nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern auch kirchliche Mitarbeiter und Theologiestudierende. Wer nicht zum Kirchentag kommen kann, ist auch sonst in der Mannschaft willkommen.